Man nennt sie die Domina des Kunstbetriebs. Doch das findet sie doof. Monika Bonvicini. Eigentlich Objektkünstlerin und Bildhauerin. In der Ausstellung Desire, Desise, Devise zeigt sie Skizzen, Collagen und Zeichnungen. Mehr als 300 Werke aus den letzten 25 Jahren. Manche Zeichnungen sind auch sehr, sehr penibel und sehr supergenau. Es ist auch für mich eine Art, endlich mal nicht am Telefon zu sein oder von dem Internet. Weil man ist so ganz schön alleine, wenn man zeichnet. Und das ist so eine Art von Konzentration, die ich sehr mag eigentlich. Keine Materialschlacht also. Nein, hier gibt's Papier zu sehen. Skizzen zu so bekannten Werken wie Wallfuckin zum Beispiel. Eine Videoinstallation, mit der sie 1995 Aufsehen erregte und die männlich dominierte Welt der Architektur infrage stellte. Eine Frau kopuliert mit einer Wand, arbeitet sich bis zur Erschöpfung an ihr ab. Ich hatte Bauarbeiter, die das gebaut haben. Und als sie das wieder gesehen haben, können sie sich vorstellen, was für schöne Witze sie da rum erzählt haben. Und sie haben sich gegenseitig gerufen, nee, komm mal her und guck mal und so. Dann hatte ich kurz so belegt, ob ich nur Frauen reinlassen sollte. Aber es hätte auch keinen Sinn gemacht, ich meine. Der Raum steht bei Monika Bonvicini im Mittelpunkt. Es geht ihr um Konstruktion, aber auch um Zerstörung. Am liebsten greift sie mit ihren Arbeiten selbst ein, verändert Räume und ihre Funktionen. Ich finde es immer sehr interessant, für die Zeit, wo ich eine Ausstellung habe, die Räumlichkeiten, die ich zur Verfügung habe, zu ändern. Und dadurch natürlich auch die Wahrnehmung der Besucher gegenüber dem Museum, wenn sie das Museum kennen, natürlich auch zu ändern. Und dann ist es mal wieder weg. Mit dieser Toilette verwirrte sie 2003 die Londoner. Von außen sah man ein Häuschen mit Spiegelfassade. Von innen war es durchsichtig. Von Intimität beim Toilettengang keine Spur. Zwei Jahre später Never Again in Berlin. Sie zeigte Lederschaukeln. Im Museum sah es aus wie in einem Sadomaso-Studio. Na ja, ich habe Ketten benutzt, glaube ich, das erste Mal 2001, um eben eine Lederschaukel zu hängen. Und seitdem habe ich eine riesen Collection, also Sammlung an Ketten. Die finden die schon, die haben was. Vor allem ich benutze richtige Industrieketten. Und ich bin immer beeindruckt, wie viel Gewicht sie tragen können. Auch diese Männer können viel tragen. Bauarbeiter mit offener Hose. Monika Bonvicini stellt den starken Mann am Bau in Frage. Der Mann als Arbeiter, Konstrukteur und Architekt. Ein Rollenbild, das bei ihr ins Wanken kommt. Die wirken fast wie ein Klischee, ja, von einem starken Mann, der gegen die ganze Welt kämpft. Und man weiß nicht warum, es ist alles sehr existenziell und sehr süß auch dadurch. Und man kann sich auch identifizieren. Andererseits ist es eben ein Klischee. Die Ausstellung bringt einen zum Nachdenken über Strukturen, Geschlechterrollen und eine Welt, die von Männern erbaut wird. Wenn es nach Monika Bonvicini ginge, sollte man diese schleunigst ändern.